Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christoph Leichtweis und im Namen der ÜPUS Finanzplanung und unserer Partner darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Der Kapitalmarkt-Dialog soll heute Abend unser Thema sein. Wir werden den Schwerpunkt nicht auf VW legen oder auch andere Themen, die Sie vielleicht vielfach in den Medien finden, sondern wir möchten ja bewusst Hintergrundinformationen liefern und vor allem auch Denkanstöße zur aktuellen Portfoliogestaltung. Ein Thema wird unter anderem sein, welche Möglichkeiten es zum Beispiel geben könnte, sich gegen einen Abschwung in China respektive eben auch den Schwellenändern abzusichern und welche Themen wir weiterhin noch in der Konstruktion von Aktienportfolios aktuell sehen. Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen über das Chat respektive Fragenfenster und sofern es an der jeweiligen Stelle passt, gehe ich gern direkt darauf ein, sofern es vom weiteren Verlauf Sinn macht, das zu einem späteren Zeitpunkt zu behandeln, weil dann vielleicht auch noch eine Grafik dabei ist, dann gehen wir dann drauf ein. Aber insgesamt ist das Ziel natürlich, alle Fragen so zu beantworten, sodass Sie möglichst viel mitnehmen aus den nächsten Minuten. Von der Technikseite sollten Sie alles vernünftig sehen können, Ton sollte auch stimmen, so zumindest die Mitteilung der Kollegen hier und meines Kontrollbildschirms. Von daher würde ich dann auch direkt in die Fakten einsteigen. Wir schauen uns zunächst den wichtigsten Preis der Volkswirtschaft an, das ist der Preis des Geldes, umgangssprachlich auch der Zins genannt. Sie wissen, früher gab es mal Zinsen, sogar auf dem Girokonto und im Nachhinein der Finanzkrise haben die Deutschen doch vielfach festgestellt, dass irgendwas im Finanzsystem nicht mehr stimmt, weil das Tagesgeldkonto war auf einmal schlechter verzinst als der Bausparvertrag. Also schauen wir uns im Kern mal an, wo wir momentan bei Zinsen stehen. Hier mal dargestellt für verschiedene Länder, angefangen bei Litauen, über Spanien, Slowenien, Italien und auch eben Deutschland. Jeweils die Renditen von Staatsanleihen mit einer fünfjährigen Restlaufzeit und da stellen Sie fest, von 1,2, die man für Litauer bekommt, bis minus 0,728, die man hier für die Schweizer bezahlen muss, reicht das Spektrum. Insgesamt diese Daten natürlich jeweils vor Transaktionskosten, weil auch wenn Sie eine Staatsanleihe kaufen, haben Sie natürlich Transaktionskosten. Wir haben natürlich auch noch Abgeltungssteuer zu zahlen, in Höhe von 25% plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer, so dass man im Kern sagen muss, Vermögensmehrung im Zinsbereich scheint schwierig, weil auch wenn Sie heute auf lange Laufzeiten gehen von 20 oder 30 Jahren, dann haben Sie Renditen von unterhalb von 2% für einen sicheren Schuldner wie Deutschland. Und auch wenn Sie Kreditrisiken eingehen, weil Sie zum Beispiel Unternehmensanleihen der Eurozone von soliden Titeln kaufen, dann haben Sie Renditen auch unterhalb von 2%. Wenn Sie Hochzinsanleihen nehmen, sind Sie glaube ich bei um die 4%. Also das Thema Zinsen momentan relativ trostlos. Niedrige Zinsen, die fehlen uns natürlich oder beziehungsweise fehlende Zinsen. Das sind natürlich auch ein Grund dafür, dass uns so ein bisschen der Kompass fehlt, was Bewertungen anbetrifft, ob das jetzt die Vermieter, die Immobilie ist oder ob es die Aktie ist. Die Zinsen gehen doch überall auch hier in Berechnungen mit ein, wenn man versucht den nachhaltigen oder fundamentalen Wert zu ermitteln. Und dementsprechend sehen Sie es auch mal hier dargestellt für die Aktienmärkte. Also das war doch eine ordentliche Achterbahnfahrt, die wir hier mitgenommen haben seit Beginn des Jahres. Sie sehen es ja hier mal für den DAX 30 dargestellt in Orange, respektive natürlich auch für den Stock 600 hier in Rot. Ein phänomenales erstes Quartal, Renditen teilweise von 20 respektive 25%. Und dann ging das alles doch sehr, sehr schnell wieder in die andere Richtung. Und am Ende des Tages muss man sagen, in vielen Fällen außer Spesen nichts gewesen, weil viele Systeme oder Anleger haben vielleicht auch prozüglich in die steigenden Kursepositionen aufgebaut und haben dann doch stark unter dem massiven Kursverfall gelitten. Und Sie sehen ja auch, wie schnell das hier auf der Zeitachse ging. Wenn Sie mal schauen, wie hier sind wir noch hier oben und dann innerhalb von wenigen Wochen donnert das Dach hier ordentlich runter. Die Gründe sind vielfältig, die können Sie in den Medien nachlesen, aber es ist doch ein relativ schwieriges Thema, weil natürlich Verluste auch immer emotional schwer zu verkraften sind. Und Sie sehen ja auch, diese Verluste und Bewegungen sind ja in vielen Fällen synchron. Das heißt, es geht gemeinsam in eine Richtung, gemeinsam nach oben oder gemeinsam nach unten. Und lediglich der Stärkegrad ist hier unterschiedlich und das macht es eben auch so schwierig, momentan Portfolios zu konstruieren, die robust sind und dementsprechend nicht zu starken Schwankungen unterliegen. Also Zinsen gibt es keine, unangenehme Schwankungen bei dem liquidesten Sachwert der Welt, eben den Aktienrisikostreuung auch schwierig. Und das bringt mich auch schon mal zu einem ersten Fazit zum Gesamtverständnis. Also die Geldpolitik, die wird expansiv bleiben. Mal wird die eine Notenbank mehr tun, mal wird die andere mehr tun. Insgesamt scheint momentan Japan den Wanderpokal der Notenbankintervention abonniert zu haben. Aber auch in der Eurozone könnte man sich ja durchaus vorstellen, dass man das Anleiheaufkaufprogramm nochmal in seiner Struktur verändert, also etwas offensiver wird, sodass insgesamt das Thema Liquidität an den globalen Kapitalmärkten vorerst kein dämpfender Faktor sein sollte. Die Frage ist natürlich, ob Liquidität alleine ausreicht, um die Vermögenspreise oben zu halten. Und dementsprechend auch schon der nächste Punkt, Phasen mit erhöhter Schwankungsbreite, die liegen noch vor uns. Und eben diese Thematiken mit den hohen Schwankungsbreiten kommen vielleicht oder wahrscheinlich auch daher, dass wir zum einen einerseits natürlich einen schwierigen Effekt haben, was das wirtschaftliche Wachstum betrifft. Ob das der technologische Fortschritt sein kann, ob es auch die Thematik ist, dass wir Überkapazitäten nach der Finanzkrise aufgebaut haben, die natürlich momentan zu einem gewissen Überangebot an Waren und Dienstleistungen führen und dementsprechend kaum Preispotenzial besteht. Ob es momentan die Thematik ist, dass wir kaum steigende Löhne haben, also auch keine Lohnpreisspirale hier, das ganze Thema betrifft. Es können verschiedene Punkte sein, aber im Ergebnis erwarten wir, dass wir tendenziell wahrscheinlich relativ starke Wellenbewegungen haben. Das heißt, einerseits realisieren die Marktteilnehmer, dass die reale Wirtschaft mit Problemen behaftet ist, dass vielleicht Wachstumsraten aus der letzten Hälfte des letzten Jahrhunderts vielleicht so nicht wiederholbar sind. Dann kommen die Kurse eben nach unten. Und wenn man dann feststellt, hey, die Notenbank ist ja wieder aktiver und dann sieht man, na gut, die Zinsen bleiben unten, die Notenbanken tun was, also sind wir doch bereit, wieder Vermögenswerte zu kaufen und dann geht es relativ schnell und stark auch mal wieder nach oben. Also hier ist das richtige Erwartungsmanagement vielleicht auch sinnvoll. Das sehen wir später im Detail noch. Und der durchschnittliche Wirtschaftswachstum eben schon mal angesprochen. Im Kern natürlich jetzt mal rein auf die Anlegerperspektive bezogen, in dem Moment, wo natürlich der Zins fehlt und wo dieser Anlagenotstand natürlich zu sehr, sehr niedrigen Renditen führt, haben wir natürlich das große Risiko von Fehlallokationen, also von Fehlinvestitionen, das heißt Investitionen, die sich vermeintlich nur rächen aufgrund des niedrigen Zinses. Und wenn sich die Situation hier mal wieder ändert, dann stellt man doch fest, dass man vielleicht wirtschaftlich nicht optimal investiert hat. Da der Zins alle Bereiche ihrer Geldanlage betrifft, also von der Altersvorsorge bis hin zum Depot und auch sämtliche Vermögensklassen, also von der Immobilie über den Aktienmarkt hin zu den Anleihen oder auch den Edelmetallen, ist eben Risikostreuung heute schwieriger denn je und benötigt gegebenenfalls eben auch neue Strategien. Und auch das sage ich gleich dazu, neue Strategien sind es weniger, sondern es sind eher unpopuläre Strategien, weil die stehen eigentlich im Kontrast zu dem, was momentan stark propagiert wird. Momentan heißt es ja, kauf einfach den Markt so günstig wie es geht. Ich glaube, man sollte vielleicht auch momentan mal darüber nachdenken, vielleicht auch mal Strategien zu kaufen, die ein bisschen teurer sind, aber auch die Chance haben, dann Geld zu verdienen, wenn die Bewertungen etwas teurer sind. Wir haben hier eine Frage. Hallo, ich höre leider nichts. Ich benutze Ubuntu 14.04. Wird das nicht vom Webinar unterstützt? Das kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen. Ich kann die Frage jetzt ja auch schlecht beantworten, aber grundsätzlich sollte es eigentlich auf allen Systemen funktionieren. Ich schaue auch mal gerade zum Kollegen rüber. Da sieht es so aus, als ist der Ton wunderbar. Wir zeichnen es ja auch im Nachhinein auf, sodass es spätestens mit der Konserve alles da sein sollte. Also schauen wir kurz nach China. Was sehen Sie hier? Zum einen in diesem Orange. Das ist ein Momentum-Indikator, der verschiedene Daten aus China umfasst, zum Beispiel die Kreditvergabe oder auch die Preise für Frachtverkehr im Bahnverkehr, also auf der Schiene letztendlich und auch den Elektrizitätsverbrauch. Und da sehen Sie dieser Frühindikator, der hat schon relativ früh auch angezeigt, also hat seinem Namen hier auch alle Ehre gemacht und hat dementsprechend symbolisiert, dass wir hier nachlassende Wirtschaftsaktivitäten in China haben. Im Blau sehen Sie das Wirtschaftswachstum in der Veränderung, also insgesamt alle Daten, die Sie hier sehen, sind jeweils in prozentuale Veränderungen zum Vorjahr. Und da sehen wir, das Wachstum kommt zurück, ist natürlich noch positiv und wir können jetzt natürlich darüber diskutieren, inwieweit diese offiziellen Zahlen stimmen oder nicht. Aber ich glaube, wenn man sich die Fakten mal betrachtet und schaut sich auch Im- und Exporte anderer Länder an und deren Statistiken, dann stellen wir, glaube ich, schon fest, dass der globale Handel sich eben auch hier etwas abspricht. Der Service-Sektor in China, der entwickelt sich noch relativ solide, wir sehen Sie, er läuft seitwärts. Aber die Frage, die man sich natürlich stellt, ich glaube, sowohl in China als natürlich auch global, wie wird dieser Wandel von der Industriegesellschaft, von der Investitionsgesellschaft zur Servicegesellschaft einhergehen, wie viele Probleme wird es da geben, wird es möglich sein, auch die hohe Schuldenthematik zu lösen und eigentlich für die hohe Schuldenthematik bräuchten wir eigentlich einen funktionierenden Aktienmarkt, bei dem die Unternehmen eben neues Eigenkapital aufnehmen können und quasi damit auch Schulden zu bedienen und dann solcher Aktienmarkt, den haben wir, glaube ich, in Sachen Kursbewegung nicht. Auf der anderen Seite auch rechtliche Themen, die den Aktienmarkt da teilweise in kritischem Licht erscheinen lassen. Also, ich glaube, dieses Thema Abstimmung am chinesischen Aktienmarkt hat nicht nur was mit Kursbewegung zu tun, sondern das wird uns auch noch nachhaltig begleiten, was das Thema Vertrauen in diesen jungen Märkte letztendlich hier trifft. Also, Abschwung, ja, Krise werden wir gleich nochmal sehen. Wen hat es besonders getroffen? Natürlich diejenigen, die sehr stark vom Aufschwung Chinas profitiert haben. Letztendlich hier natürlich der Rohstoffsektor, dass die Rohstoffe auf breiter Front gefallen sind, egal ob es das jetzt Öl war, ob das die Industriemetalle waren, das ist ihnen, glaube ich, bekannt. Deswegen jetzt hier mal dargestellt nochmal die Entwicklung des globalen Aktienmarktes, konkret bezogen auf eben den Sektor Materials, also wo wir eben auch die Rohstofftitel hier drin haben und da sehen Sie, da ging es doch ein gutes Stück nach unten und teilweise Einzelwerte mit spektakulären Bewegungen, also Glencore, das sehen Sie hier in diesem Türkis-Blau, also ja schon ein brutaler Verlust, da ging es mal 80% nach unten. Jetzt haben die sich, glaube ich, vom Tiefpunkt schon wieder verdoppelt, also wirklich erratische Bewegungen, die man in diesem Sektor sieht und ja natürlich auch große Unternehmen oder Namen trifft, wie eine BHP Billiton oder eine Anglo American, die hier auch ordentlich Federn gelassen haben und der Rohstoffsektor ja auch einer der Bereiche momentan, der von vielen Anlegern gemieden wird und die Kernfrage, die man sich stellen muss, wann ist es denn wieder günstig genug, um hier zu kaufen. Unser Fazit dazu kommt dann am Schluss, aber meines Erachtens zeigt es auch mal sehr deutlich, dass grundsätzlich plausible Storys und Meinungen, bei den Rohstoffen waren wir ja alle der Meinung, dass man sagt, naja, die Weltbevölkerung wächst, der Rohstoffbedarf, der wächst ja auch und dementsprechend eigentlich Rohstoff und Sektor, der durchaus interessant ist, also alles plausibel gewesen, aber Sie sehen es, Überkapazitäten sind entstanden, gleichzeitig ging die Nachfrage überraschend zurück und wenn Sie dann eben als Produzent Ihren Umsatz gleich halten wollen und Umsatz ist eben nun mal Menge mal Preis, dann werden Sie eben auf fallende Preise derart reagieren, dass Sie die abzusetzende Menge erhöhen und dementsprechend sehen wir natürlich hier diesen Preisverfall und respektive natürlich auch diesen Preiskampf. Aus meiner Betrachtung her werden die Großen das natürlich überleben, man wird die Kleinen schlucken und dementsprechend, wie gesagt, langfristig kann man sich hier das eine oder andere durchaus mal anschauen. Schwellenländer, auch die Frage hat uns erreicht, Schwellenländer sind natürlich auch getroffen von diesem Abschwungsthematik in China, aber die sind nicht gleichmäßig getroffen, weil wir haben natürlich Schwellenländer, die sind Rohstoffexport höher und es gibt Länder, die sind eher Rohstoffimport höher und das zeigt sich hier auch meines Erachtens sehr gut, das ist, ich weiß, immer eine relativ technische Darstellung und auf den ersten Blick für den Privatanleger ein bisschen Zahlenchaos, aber ich denke, wie gesagt, eine komplexere Darstellung macht da doch mehr Sinn als irgendein Prosa-Artikel in irgendeiner Zeitung. Also was sehen Sie hier? Man sieht hier die Risikoprämie eines Aktienmarktes, tendenziell das ein Indikator und der wird eben berechnet, da gibt es durchaus einen Branchenstandard und was Sie hier mal sehen, das ist jetzt eben mal diese Aktienmarkt-Risikoprämie für Asien, für Lateinamerika und eben für Osteuropa und Middle East und man sieht es im Endeffekt hier, wenn Sie hier unten sind, in diesem blauen, dann sind, ich fange mal bei Asien an, hier oben sieht man, okay, das ist der Bereich, dann sind Aktien im Verheiß zu Anleihen eher günstig, wenn man dieses Konzept der Risikoprämien, was langfristig, eigentlich ganz verlässlicher Indikator ist, zugrunde legt. Also in Asien würde man sagen, Aktien machen eher Sinn als Anleihen, der Grund natürlich auch hier in Asien tendenziell eher Länder auch vertreten, die auf der Rohstoffseite weniger exportär, sondern eher importär sind, aber Sie sehen es zum Beispiel jetzt hier, Latin America, also Lateinamerika, da sehen Sie das Bild genau anders, hier sind im Endeffekt die Anleihen bedeutend günstiger bewertet, als die Aktien nach dem Risikoprämienkonzept und das meines Erachtens auch ein wesentliches Thema, ja, Schwellenländer sind insgesamt getroffen, also wenn Sie auf so einen Schwellenländerindex schauen, zum Beispiel in MSCI Emerging Markets, also sowas wie den DAX für die Schwellenländer, dann müssen wir uns einfach klar machen, der Index zeigt uns, wie gesagt, die Gruppe der Schwellenländer an, aber die Schwellenländer sind eben heterogen und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie sie mit China verknüpft sind, respektive wie sie auch mit der Rohstoffseite verknüpft sind und wir haben durchaus eben jetzt gesehen, dass wir natürlich hier teilweise zwei Risikopunkte haben, die zusammenkommen, wenn Sie eben zum Beispiel in Brasilien investiert sind, dann haben Sie einerseits das Problem der Schwellenländer, dann auch die Rohstoffkomponente, die mit rein spielt, was dann auch sehr schnell zu fallenden Währungskursen führt, zu höheren Zinsniveaus, die die Länder zahlen müssen, zu wirtschaftlichen Problemen, also ich glaube, die Schwellenländerkrise ist noch nicht zu Ende und meines Erachtens, wenn man das in einer langfristigen Betrachtung sieht, kann man sich mal überlegen, dass man sagt, okay, ich habe noch keine Schwellenländer im Portfolio oder einen sehr niedrigen Anteil in Schwellenländern und dann kann es mal interessant sein, zu sagen, okay, ich baue mal eine erste Position in Schwellenländern auf, aber ich kombiniere die mit einem Sparplan, also eben zu sagen, okay, ich will eine Schwellenländerquote von x Prozent an meinem Portfolio, dann würde ich vielleicht ein Viertel, ein Fünftel jetzt auf einen Schlag kaufen bei dem jetzigen Niveau und die anderen vier Fünftel würde ich über einen längerfristigen Zeitraum mit einer Art Sparplan, also Salami-Taktik streuen, weil es ist durchaus plausibel, dass die Bewegungen hier noch nicht vorbei sind und von daher macht das Sinn hier durchaus noch vorsichtig zu sein, weil auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wenn man sich die erwartenden Gewinner anschaut, ist nicht wirklich runtergekommen mit den Kursverlusten und von daher, ja, es ist ein Investitionsthema, aber die Frage ist letztendlich, wie man es umsetzt und vor allem auch, man kann nicht homogen von den Schwellenländern sprechen, sondern es ist eine heterogene Betrachtung, für die eine Region sind vielleicht Aktien opportuner, für die andere sind vielleicht Anleihen opportuner und das sollte man natürlich auch eben entsprechend dann mit den Instrumenten hier auch umsetzen. Grundsätzlich können wir diskutieren, ob die Auswirkungen von Chinas auf die Weltwirtschaft überschätzt werden. Was sehen Sie hier? Man sieht hier mal den Anteil Chinas an der globalen Wirtschaftsleistung im Vergleich zu dem Anteil, den Japan hatte, bevor die Blase geplatzt ist. Hier unten ist, glaube ich, uns eine Skala verrutscht oder doch, die passt sogar. Also was sehen Sie hier? Ja, wir sehen hier den Anteil Japans an der globalen Wirtschaftsleistung relativ hoch. Dann ist ja auch in Japan die Immobilien- und Aktienmarktblase geplatzt. Seitdem ging es im Endeffekt ja auch am Aktienmarkt ja eigentlich nur nach unten. Japan ist in der Deflation, Sie kennen die Thematik oder in der Disinflation, um es korrekter zu formulieren. Und Sie sehen, der Anteil Japans damals an der globalen Wirtschaft, der war ein gutes Stück höher, als der Anteil Chinas heute an der globalen Wirtschaft ausmacht. Und damals hat es die Weltwirtschaft doch durchaus verkraftet, dass es hier zu einem Abschwung kommt. Und wenn man das nun mal vergleichen würde und man würde dieser Betrachtung folgen, könnte man sagen, na gut, vielleicht werden die Auswirkungen überschätzt. Ja, das hat Auswirkungen. Es hat besonders Auswirkungen auf einzelne Länder. Es hat Auswirkungen vor allem auch auf einzelne Sektoren. Also Stichworte wie zum Beispiel eben rohstoffproduzierende Länder, Rohstoffe und eben auch Rohstoffaktien. Aber vielleicht wird das Ganze eben ein bisschen überschätzt, weil Japan war mal wichtiger und das hat die globale Wirtschaft ja auch ganz gut verkraftet. Also können wir darüber diskutieren. Ich kann es Ihnen auch nicht genau sagen, aber da das selten in der Presse mal dargestellt wird, haben wir Ihnen die Fakten hier mal mitgebracht. Muss man mal selbst durchdenken. Die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen aus der Risikomanagementseite, was ist, wenn nicht? Also was ist, wenn wir eigentlich noch eine wirkliche Krise in den Schwellenländern vor uns haben? Einige Analysten sprechen bereits von der Lost Decade, also von der verlorenen Dekade und wenn man das hier dann mal durchrechnen würde, eine verlorene Dekade in den Schwellenländern oder auch eine harte Landung in China, dann könnte das durchaus zu noch erheblichen Abschlägen an den Schwellenländeraktien, aber natürlich auch an den Aktienbörsen der Industrienationen führen und die Frage ist ja, wie könnte ich mich denn dagegen schützen und das habe ich Ihnen jetzt nicht als Charts mitgebracht, weil das aufsichtsrechtlich wahrscheinlich auch schon in das Thema Anlageberatung gehen würde oder beziehungsweise eigentlich nicht, weil Sie sind ja ein unbestimmter Teilnehmerkreis, aber ich habe es Ihnen trotzdem mal verbal im Endeffekt mitgebracht, um mal die ein oder andere Idee auch zu präsentieren. Kunden von uns bekommen das dann nochmal, natürlich sowieso im Detail präsentiert, aber jetzt hier in der Breite einfach mal die Ideen jetzt hier mal verbal. Also, was wären zum Beispiel solche Ideen? Wenn wir davon ausgehen würden, dass die Krise in den Schwellenländern noch nicht vorbei ist, also dass da uns noch einiges bevorsteht, dann könnte man sagen, na gut, ich setze darauf, dass sich amerikanische Aktien besser verhalten als der globale Aktienmarkt. Warum wäre das der Fall? Weil tendenziell in solchen Situationen, wenn die Leute Aktien halten wollen, dann halten sie Aktien im US-Dollar als Fluchtwährung und die breiteste Struktur im US-Dollar ist natürlich hier der S&P 500 als globaler Leitindex, also der sollte sich besser halten als der MSCI World. Man würde also eine marktneutrale Strategie fahren und sagen, naja, es kann schon sein, dass beides fällt, aber Amerika wird sich besser halten als der Rest der Welt und dann habe ich eben ein gutes Thema. Ein anderer Denkansatz wäre zu sagen, naja gut, wer partizipiert dann sehr stark an den Schwellenländern, wer ist sehr exportlastig, wer hat einen sehr züglich zusammengesetzten Aktienindex und da kommen wir auf Deutschland und wenn wir also uns das anschauen, dann würde man sagen, naja gut, man kann davon ausgehen, dass in einem solchen Szenario der DAX sich schlechter entwickeln wird als ein marktbreiter Index der Eurozone, wie zum Beispiel der Stock 600, also hier könnte man auch darauf setzen, dass der DAX schlechter läuft als der Stock 600 und hätte damit auch, wie gesagt, eine Möglichkeit, einen Attrag zu erzielen, wenn eben die Krise in den Schwellenländern sich auswirken würde. Anderes Thema, damit Sie den Denkansatz nachvollziehen können, man könnte darauf setzen, dass sich der Schweizer Aktienmarkt, der tendenziell von konservativen Unternehmen dominiert wird, besser läuft als der Aktienmarkt in England, warum? Der englische Aktienmarkt, der FUZI 100, da haben wir doch einiges an exportabhängigen Titeln drin, wir haben das Thema Rohstoff- und Energiesektor doch ordentlich gewichtet, also doch bedeutend stärker als im Schweizer Markt, wo es gar keine Rolle spielt, also wäre auch hier ein Ansatz zu sagen, okay, ich setze darauf, dass der Schweizer Aktienmarkt besser läuft als der englische Aktienmarkt und um das ganze Thema abzuschließen, könnte man noch sagen, okay, wahrscheinlich werden sich Immobilienaktien als Sektor in Europa besser halten, weil wenn die Krise in den Schwellenländern zunimmt, bleiben die Zinsen unten, die Notenbank-Aufkaufprogramme bleiben intakt, Anlagenotstand ist vorhanden, Immobilieninvestments, Immobilienaktien haben einen laufenden Ertrag, plus die Liquidität wie eine Aktie, also glaube ich, dass die sich besser entwickeln als zum Beispiel exportabhängige Titel in der Eurozone. Also, wie gesagt, das mal so Ideen, die man sich durchdenken kann, wenn man sein Portfolio dagegen absichern möchte, dass in den Schwellenländern vielleicht nicht alles vorbei ist und wenn man es auf die Anlagepraxis runterbricht, dann würde ich mal solche Absicherungsstrategien dort berücksichtigen, wo größere Teile meines Kapitals angelegt sind, um das im Endeffekt vor zu starken Schwankungen zu schützen und im langfristigen Teil meines Vermögens, wo ich eher momentan noch sukzessive Vermögen aufbaue, schaue ich mir momentan an, was ist denn momentan günstig, um das hier in der Salami-Taktik eben sukzessive zu erwerben. Also, Sie sehen, man kann eben die Aspekte auch von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Die Frage ist ja, bin ich heute schon mit einem großen Kapital investiert oder möchte ich das Kapital erst noch aufbauen? Dann kommen Sie vielleicht bei gleichen Sichtweisen, aber zu unterschiedlichen Handlungsthemen. Also, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, wie gesagt, für die Kunden, der eine oder andere hatte ja schon gefragt, was das Thema Absicherung betrifft. Das werden Sie in den nächsten zwei, drei Tagen von unserem Berater oder von Ihrem Berater per E-Mail erhalten. Kommen wir zum Thema USA. Zinserhöhung. Ja, nein, vielleicht. Also, ist ein bisschen wie Michael Schanze. Die Älteren unter Ihnen werden das noch kennen. Eins, zwei oder drei. Ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Also, so fühlt man sich ein bisschen momentan. Meines Erachtens gibt es gute Gründe, dass man sagen würde, naja, mal ganz ehrlich, ja, die Wirtschaftsdaten sind nicht toll. Sie sind aber auch nicht extrem bescheiden. Sie sind auf jeden Fall nicht so schlecht, als dass wir einen Zins von 0 bis 0,25 benötigen würden. So, deswegen sehen Sie hier mal ein paar Daten zum Arbeitsmarkt und dem Trend. Sie sehen es, wir schaffen immer noch neue Stellen, aber der Trend über die letzten drei Monate, der geht hier natürlich nach unten und Sie wissen ja, wenn Sie volkswirtschaftliche Daten betrachten, seien Sie vorsichtig, einzelne Datenpunkte zu einem gewissen Zeitpunkt als Indikator zu nehmen, sondern schauen Sie auch immer die Trends an und deswegen sehen Sie hier natürlich beides dargestellt. Einmal die Balken für den Zeitpunkt und natürlich hier in Rot nochmal den Trend, den Drei-Monats-Trend und da sehen Sie, okay, wenn man das betrachtet, könnte man das Thema Zinserhöhung verschieben. Also da wird viel darüber diskutiert. Wir werden sehen, was passiert. Heute hat sich ja Fed-President Williams geäußert. Er sagt, trotz der enttäuschenden Arbeitsmarktdaten, also die sehen Sie ja hier im Bild, sei trotzdem mit einer Zinserhöhung bis Ende des Jahres zu rechnen. Also ehrlich gesagt, ich glaube mittlerweile nicht mehr dran, wobei wir ja auch ganz klar sagen müssen, ob die Zinsen jetzt bei 0,25 oder bei 0,75 liegen, das wird nicht das große Thema werden und zusätzlich haben wir momentan die Thematik, dass sich die Liquiditätssituation im amerikanischen Markt sowieso etwas verschlechtert, sogenanntes Tightening. Das hat damit zu tun, dass die Börse zurückgekommen ist, dass Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen sich wieder ausgeweitet haben und man könnte auch sagen, wir hatten bereits eine Liquiditätsverkappung, ohne dass die Fed die Zinsen erhöhen musste. Manchmal regelt es doch auch der Markt. Aber ganz klar, irgendwann muss man auf der Zinsseite was passieren, weil die Frage ist natürlich, wie soll denn die Notenbank das nächste Mal gegensteuern, wenn die Wirtschaft mal schlechter läuft, weil momentan läuft sie ja ganz solide. Und wie gesagt, wir werden es sehen, aber das ist natürlich ein Thema, auf das die Marktteilnehmer schauen. In der Eurozone, da sehen wir eine positive Tendenz, wir haben bei der Geldmeingentwicklung, bei der Kreditvergabe, da sieht es durchaus ganz ordentlich aus. Hier sehen wir mal die Finanzierungszinse für Unternehmen, auch die passen sich wieder an, die kommen nach unten. Wir sehen, dass sich die Finanzierungszinsen für Unternehmen in den verschiedenen Ländern wieder anpassen, also wir haben eine gewisse Konvergenz. Klar, die Finanzierungsbedingungen sind noch unterschiedlich und jetzt kann man darüber diskutieren, ob das das Ergebnis der EZB-Interventionen ist oder ob man das sagen muss, als die EZB angefangen hat zu agieren, war doch die Messe eigentlich schon gelesen, wir hatten das größte Problem schon hinter uns, die Europäischen Zentralbank waren ein bisschen hinter der Kurve, aber wie gesagt, wahrscheinlich wird das so darstellen, dass natürlich die EZB dafür gesorgt hat, dass wir eine gewisse Konvergenz haben, die man ja auch möchte innerhalb der Eurozone. Strukturell ist natürlich gar nichts passiert, das Thema Griechenland ist ein bisschen aus dem Fokus geraten, durch die Flüchtlingsthematik oder die Flüchtlingskrise, die entsprechend der Medial sehr viel Aufmerksamkeit momentan erfährt, aber gelöst ist hier nichts, wir werden über das Thema Schuldenschnitt oder Schuldenverlängerung reden müssen, aber egal, wie Sie es formulieren, am Ende des Tages, wenn Sie einen Kredit, der vorher verzinst war, auf einmal nicht mehr verzinsen und die Tilgung um 100 Jahre in die Zukunft strecken, dann ist das wirtschaftlich und ökonomisch nichts anderes als ein Schuldenschnitt. Das kriegen wir als Wähler natürlich hübsch verpackt, verkauft, aber am Ende des Tages, meine Sache, das Thema Transferunion haben wir doch sowieso schon und warum kann man es dann auch nicht offen kommunizieren, das würde glaube ich allen beteiligten Parteien helfen. Für uns als Anleger heißt es ja nur, wie gehen wir mit der Situation um. Ansonsten, das vielleicht auch noch mal kurz, sowohl die Notenbank in den USA als auch in der Eurozone, die berechnende Stressindizes, die den Stress im finanziellen System, im finanziellen Sektor messen, da gehen verschiedene Daten mit ein und die sind momentan in den beiden großen Währungsräumen nahezu im Niemandsland, also von daher das Thema finanzieller Stress momentan kein großes Thema in den beiden Währungsräumen. Also, wirtschaftlich gemischt, Zinsen bleiben unten, führt uns zu dieser Schwankungsbewegung und daher mal ein Blick auf die langfristige Aktienperspektive, was sehen Sie hier im oberen Bild, sehen Sie Aktien aus der Europäischen Union, mal lange zurück bis 1970, damals fingen wir bei einem Wert von 100 an, also wir haben das natürlich so skaliert, dass es vergleichbar ist und da sind die Entwicklung, dargestellt an der linken Skala, also hier gleichzeitig haben wir quasi den Durchschnitt gebildet des Kursgewinnverhältnisses, also mit dem wievielfachen der Erträge wurden die Unternehmen im 50-Jahres-Durchschnitt bewertet und was Sie dann hier sehen in dieser blauen Linie, das ist jeweils zum jeweiligen Zeitraum, ob momentan wir einen Aufschlag haben auf das langfristige historische Kursgewinnverhältnis oder ob wir eine Bewertung haben, die drunter liegt und momentan, Sie sehen es auch ohne Volkswert zu sein, hier ist die Nulllinie, hier oben sind wir momentan, also haben wir momentan einen Aufschlag, also sprich, wir sind teurer als der 50-Jahres-Durchschnitt. Natürlich sind die Zinsen auch anders, aber das möchte ich auch mal ganz klarstellen, nur weil die Dividendenrenditen von Aktien höher sind als die Rendite einer Bundesanleihe, nur weil die Dividenden höher sind als die Renditen von Unternehmensanleihen, heißt das nicht, dass man blind Aktien kaufen kann. Der Zins fehlt uns als Kompass und wir haben durchaus das Thema hier Fehlentscheidungen, Fehlallokationen zu treffen in diesem Anlagenotstand und daher finde ich auch ganz klar, es gehören auch mal der Hinweis dazu, dass Aktien im historischen Kontext, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis, momentan kein Schnäppchen sind. Sie sind nicht besonders teuer, aber sie sind jetzt auch nicht das Megaschnäppchen. Gleiches sehen Sie auch noch mal im unteren Chart dargestellt, hier für die USA, also den S&P 500, da sehen Sie das gleiche Thema, wir haben im Endeffekt auch einen entsprechenden Aufschlag auf den 50-Jahres-Schnitt und man könnte nun durchaus natürlich aus dem Chart auch argumentieren, naja, hier oben ist der Markt, die Gewinnmargen der Unternehmen sind auf Allzeit hoch, insgesamt der Markt anfällig, wenn es doch zu Zinserhöhungen kommen sollte und dementsprechend die Skeptiker werden natürlich sagen, naja, das wird hier nach unten gehen, das heißt, die Entwicklung des Aktienmarktes wird dem KGV, es wird der Realität folgen. Also warten wir es mal ab, aber wie gesagt, das möchte ich mal allen auch mal vorhalten, die sagen, einfach jetzt mal Aktien kaufen und dann nichts tun, dann wird es schon gut, auch für Aktien gilt natürlich, der Einkaufspreis hat eine entscheidende Auswirkung auf den zu erwartenden Ertrag. Also wie gesagt, nicht besonders teuer, aber auch nicht hier einfach blind und selektivlos einfach losrennen, weil die Zinsen so niedrig sind, weil dann treffen sie finanzielle Fehlentscheidungen. Wir haben Ihnen das nochmal nach Sektoren aufgegliedert, Sie wissen, der Aktienmarkt ist ja auch heterogen, es gibt verschiedene Länder, es gibt verschiedene Regionen, es gibt verschiedene Sektoren, es gibt verschiedene Anlagestile, es gibt verschiedene Management-Stile, wie Sie in den Markt investieren, also der Aktienmarkt ist sehr heterogen, ich habe Ihnen jetzt einfach mal ein Beispiel hier mitgebracht, wo wir uns einen Sektor betrachten, das heißt, wir nehmen den globalen Aktienmarkt, betrachten uns einen Sektor daraus, das ist jetzt hier der Sektor Basiskonsum, also das, was alle gerne haben wollen, nicht zyklische Geschäftsmodelle, nach dem Motto, egal wie es der Welt geht, gegessen wird immer, Basiskonsum eben und hier sehen Sie den Mittelwert, was das Kursgewinnverhältnis betrifft, ich glaube über, was haben wir gemacht, 20 Jahre und der Mittelwert ist eben 17, momentan sind wir bei 18,67, wir waren eben schon ein Stück teurer, das heißt klar, diese niedrigen Zinsen, Anleger suchen Zinsersatz, Qualitätsaktien sind im Fokus und diese Nachfrage hat dementsprechend dazu geführt, dass man erwartete Erträge heute zu einem höheren Preis kauft und dementsprechend ein höheres Kursgewinnverhältnis. Anders sieht es im Endeffekt aus beim zyklischen Konsum, also der Konsum, der im Endeffekt natürlich auch an der Entwicklung der globalen Wirtschaft hängt, hier sehen Sie genau das Gegenteil, der Mittelwert hier 17,8, momentan liegen wir drunter, also es ist günstiger, warum, weil natürlich zyklische Titel momentan nicht so sehr gefragt sind und hier möchte ich auch einfach mal klarstellen, dass man wirklich schauen muss, wenn ich über Aktien rede, was kaufe ich denn und ich weiß nicht, welcher Investor das mal gesagt hat, aber man kann natürlich auch gutes und qualitativ hochwertiges zu teuer kaufen und Sie können natürlich auch etwas, was vielleicht qualitativ schlechter ist, aber so günstig kaufen, dass es auch ein gutes Investment ist, also das sollte man beides im Verhältnis sehen, aber das hier nochmal auch zur Einordnung des Aktienmarktes und vor allem auch stellt sich ja zum Beispiel die Frage, ich gehe nochmal eins zurück, wenn Sie jetzt hier ein Anleger sind, der sehr stark natürlich in Qualitätstiteln investiert ist, dann sehen Sie im Endeffekt hier, okay, Ihr Portfolio ist jetzt im Durchschnitt ein gutes Stück teurer geworden, weil natürlich der Anteil am Portfolio zugenommen hat, weil Ihre zyklischen Titel sind ja billiger geworden, also dem auch ja eine schwächere Entwicklung, das heißt, Sie haben, wenn Sie nichts getan haben und Sie hatten vor fünf Jahren 50% zyklische und 50% nicht zyklische Titel, dann haben Sie heute ein anderes Portfolio als vor fünf Jahren, obwohl Sie gar keine Transaktionen vorgenommen haben und das sollte man sich natürlich einfach mal anschauen und sollte betrachten, passt das Portfolio noch zu meinen Erwartungen, ist es vielleicht im Durchschnitt nicht vielleicht zu teuer geworden, welche Themen haben wir hier noch zu berücksichtigen, also von daher, wie gesagt, der Aktienmarkt ist nicht homogen. Nochmal eine Trendbetrachtung, was sehen wir hier, das ist eine ganz, ganz simple Trendbetrachtung, einmal für den Stock 600, also für europäische Aktien, also inklusive, na wie heißt es, Großbritannien und Schweiz und dann unten für den S&P 500 und wie müssen Sie diese Tabellen hier lesen, wenn wir hier unten mal anfangen, das ist der 20 Tage gleitende Durchschnitt, 50 Tage, 100 Tage gleitender und 200 Tage gleitender Durchschnitt. Das können Sie sich auch bei vielen Direktbanken anschauen, dann sieht man, ist der Markt drüber oder drunter und das kann man als Timingindikator nutzen. Also kurz gesagt, wenn der Aktienmarkt über dem 200 Tage gleitenden Durchschnitt, sagt man, ich bin investiert, ist da drunter, glaube ich, dass der Aufwärtsrand gebrochen ist und gehe ins Cash. Klar, ganz so simpel ist es nicht, aber es gibt schon viele, die sich daran orientieren und so schlecht war der Indikator, obwohl er so simpel ist, nicht. Wichtig ist hier aber mal, auch mal reinzuschauen und mal zu gucken, wie viel Prozent der Aktien sind denn oberhalb des gleitenden Durchschnitts und wie viel Prozent sind denn unterhalb und da sehen Sie, naja gut, wir sind doch hier, wir haben fast zwei Drittel Aktien, die unterhalb des gleitenden Durchschnitts sind in Europa und wie gesagt, das ist eben eine detailliertere Darstellung, weil ansonsten kann es Ihnen durchaus passieren, dass Sie einige Schwergewichte haben, also Aktien, die im Index sehr hoch gewichtet sind, die haben vielleicht 6, 7, 8 Prozent Indexgewicht und die sind eigentlich unterhalb des Durchschnittes, die haben ihren Aufwärtstrend schon gebrochen, aber haben eben einen hohen Anteil am Index, andere Aktien, die sind noch in einem Aufwärtstrend, machen aber nur 0,5 oder 0,8 Prozent des Indizes aus und dementsprechend sollte man nicht nur auf diese gleitenden Durchschnitte schauen, sondern auch die Struktur der gleitenden Durchschnitte, was ist denn oberhalb, was ist unterhalb und das sehen Sie hier mal dargestellt und Sie sehen es jetzt mal auch, dass durch die Kursbewegung in der jüngeren Vergangenheit, in den letzten Handelstagen, sehen Sie, dass diese kurzfristigen gleitenden Durchschnitte, wie der 20-Tages-Durchschnitt, die haben eben gereicht, um hier mal wieder über den Durchschnitt drüber zu kommen, sowohl für den S&P 500 als auch für den Stock 600, wenn es jetzt weiter geht, wird man über den 50-Tage gleitenden Durchschnitt kommen und das auch wichtig, weil wie gesagt, es gibt Handelsmodelle, die basieren eben auf Durchschnitten und die steuern ihre Allokations-, also Marktinvestitionsquote danach, also daher muss man sagen, okay, es könnte auch jetzt durchaus sein, dass wir jetzt wieder eine Bewegung nach oben bekommen, also wie diejenigen unter Ihnen, die da kurzfristiger engagiert sind und einfach nur sagen, ich schau auf den 200-Tages-Gleitenden Durchschnitt, nehmen Sie hier bitte mit, man kann auch ein bisschen feiner reinschauen und es gibt dann doch ein bisschen besseres Bild hier des Marktes. Wenn wir über Markt sprechen, wird ja meistens in Indizes gemessen, Indizes sind Marktkapitalisierungsgewichte, typischerweise Marktkapitalisierungsgewichte bedeutet, je höher die Marktkapitalisierung des Unternehmens, desto höher ist das Gewicht in dem Index, das führt tendenziell dazu, dass das, was besonders gut gelaufen ist, im Index auch höher gewichtet ist, ist ein bisschen trendfolgend, also ich spreche, bevor in Japan die Blase geplatzt ist, da waren halt sehr viele Immobilientitel und Finanz- und Banktitel drin und vor der Finanzkrise, bevor die Blase geplatzt ist oder die Krise begonnen hat, hatten wir im Eurostoxx 50, den ja viele als die besten 50 europäischen Unternehmen auffassen, der aber natürlich de facto die 50 Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung zusammenfasst, auch einen Titel, der natürlich sehr, sehr stark aus Finanztiteln bestand, das heißt Indizes sind auch heterogen und verändern sich auch in der Zusammensetzung, dementsprechend ändert sich natürlich auch das Risiko in einem Index, weil am Ende des Tages ist ja ein Index, egal von wem er berechnet wird, auch hier ein festgegebenes Verhältnis und eine festgelegte Berechnungsmethode, wie ein Portfolio zusammengesetzt wird, also ein Index ist nichts anderes als ein Portfolio und auch das habe ich Ihnen hier mal mitgebracht, weil man mittlerweile auch dazu übergeht oder so langsam anfängt im professionellen Bereich, aber das ist glaube ich die Speerspitze, der Rest ist momentan eher noch dabei, einfach Index und ETFs zu kaufen, weil die sind ja so günstig, also was sehen Sie hier? Wir sehen hier im Endeffekt, okay, das Maß der Risikostreuung, die uns zum Beispiel momentan der globale Aktienmarkt bietet, nehmen Sie es mal als aktuelle Zahl bitte, eben einen Wert von rund 4. Grundsätzlich gesehen, das Spektrum würde aber eine Risikostreuung mit einem Wert von 12 erreichen, also sprich, die Indexzusammensetzung liefert momentan nur ungefähr, das sehen Sie dann ganz rechts, nur ungefähr ein Drittel der Risikostreuung, die möglich wäre und das sehen Sie jetzt eben auch schon mal für die verschiedenen Indizes, es gibt eben Indizes, da haben Sie einen höheren Grad, der momentan erzielt wird und Sie haben eben welche, die haben einen geringeren Grad an Risikostreuung, der sich momentan liefert und durch diese Niedrigzinsphase sehen wir, dass Aktien und Anleihen laufen sowieso schon parallel, also Risikostreuung wird schwieriger und auf der anderen Seite auch die Indizes liefern uns momentan teilweise eine relativ geringe Risikostreuung und weniger Risikostreuung heißt, obwohl Sie in Ihrem Portfolio nichts verändert haben, hat das Risiko momentan zugenommen und das muss man natürlich sich mal genauer betrachten, Sie können nicht einfach nur die Position im Portfolio aufordieren und sagen, ich habe 50% Aktien und 50% Anleihen, nein, natürlich hier auch der Zusammenhang und der Grad der Risikostreuung, den Sie über die Zusammenstellung erhalten, der schwankt natürlich und momentan muss man ganz klar sagen, Risikostreuung im Fachjargon, Diversifikation genannt, ist momentan sehr, sehr schwer zu erzielen und dementsprechend meines Erachtens ist eines der Top-Themen, was man momentan sich anschauen sollte. Deswegen alternativer Denkansatz, was habe ich Ihnen hier mitgebracht, etwas ziemlich Unpopuläres momentan, beziehungsweise kurzfristig ist es populär, hier sehen Sie in Orange sehen Sie Fonds A, in Blau sehen Sie Fonds B, also das sind echte Fonds, das sind jetzt nicht irgendwelche Fantasiegebilde, sondern echte Fonds, wir haben die lediglich natürlich unkenntlich gemacht, um hier nicht irgendwelche Wertpapierkennungen in der Welt rum zu zaubern, sondern einfach mal zu zeigen, okay, systemseitig. Das sind im Endeffekt Strategien, die sagen, ja, wir investieren in den Aktienmarkt, aber wir investieren nicht nur in den Aktienmarkt, sondern wir versuchen auch marktneutrale Positionierungen einzugehen und versuchen einfach mit unterschiedlicheren und auch, das muss man so sagen, komplexeren Strategien in den Aktienmarkt zu investieren. Und Sie sehen es mal hier dargestellt, der eine Fonds hier in Blau, der hat auch diese Korrektur gut verkraftet, hat sogar einen Plus erzielt, der andere hier in Orange, der hat im Endeffekt, ist langsamer angestiegen, aber wenn Sie es mal betrachten, hier in Grün, im Verhältnis zum europäischen Aktienmarkt, dargestellt durch den Stocks 600, also doch viel, viel breiter als unser Heimatindex, hier der DAX, dann sehen Sie am Ende des Tages, Betrachtung jetzt mal heute vom 1.1., habe ich die gleiche Wertentwicklung erzielt wie mit dem Aktienmarkt, nur ich habe eben auch bedeutend geringeres Schwankungsrisiko gehabt und ich glaube, das wird ein Thema sein, mit dem man sich auch verstärkt beschäftigen sollte, eben auch zu sagen, welche alternativen Ansätze habe ich, um hier in den Aktienmarkt zu investieren, um letztendlich hier auch eine breitere Risikostreuung zu erzielen. Ich habe leider die Befürchtung, dass das Marketing von den Fondsgesellschaften und auch von der Presse und allem erst dann wieder losgehen wird, wenn eine große Krise kam, weil es ja dann oft so, solange der Markt nach oben geht, sagt man, kauf einfach den Markt und alles ist toll, aber im Endeffekt, wenn es dann gekracht hat, heißt jetzt muss man ein Risikomanagement betreiben, damit läuft man eben meistens hinterher und macht dann Risikomanagement, wenn der Markt eben extrem billig ist und von daher bin ich der Meinung, momentan eine gute Situation, sich mal mit alternativen Investmentstrategien auch im Aktienbereich zu beschäftigen, die sind teurer als ETFs, die sind komplexer als ETFs, aber wenn man die vernünftig mischt, kriegen Sie einen schönen Risikoergänzungsbeitrag im Portfolio. Dass das natürlich auch eine Kehrseite hat, das gehört natürlich dazu, deswegen hier mal die Betrachtung auf Sicht der letzten fünf Jahre und da stellen wir im Endeffekt fest, naja gut, am Ende des Tages war der Aktienmarkt hier in grün in den Aufwärtsphasen Rendite technisch überlegen und das muss auch so sein, wenn Sie risikobegrenzte Modelle haben, dann müssen die per Definition natürlich in Aufwärtsphasen schlechter laufen als ein reiner Markt, ansonsten ist es vielleicht auch eher Betrug, Bernie Madoff lässt grüßen, also wenn Sie risikobegrenzt sind, dann sind Sie in Aufwärtsphasen natürlich weniger dabei, aber dann haben Sie auch potenziell die Chance, in Abwärtsphasen sich besser zu verhalten. In beiden Phasen super zu performen oder sich zu entwickeln, halte ich für sehr schwierig, also deswegen auch keine eierlegende Wollmilchsau, aber wenn wir heute über das Thema Risikospreuung auch mal sprechen möchten und wir vielleicht auch in einer Welt leben, in der viele Vermögensklassen gemeinsam teurer geworden sind durch den Anlagenotstand, begünstigt durch die niedrigen Zinsen, dann macht das meines Erachtens Sinn, sich eben auch mal Strategien anzuschauen, die nicht nur einfach darauf setzen, dass die Märkte weiter steigen, dass die Bewertungen höher werden, sondern die auch zumindest die Chance haben vom Mechanismus her in Phasen, wo der Aktienmarkt fällt, wo Bewertungen wieder zurückkommen, eben dann eine Risikoergänzungskomponente zu bringen, weil rein mit Aktien und Anleihen, auch das muss man ganz klar sagen, lassen sich davon in Rückrechnung der letzten 30 Jahre nicht blenden, wird es heute nicht mehr funktionieren. Deswegen, mein Fazit für die aktuelle oder für die aktive Vermögensverwaltung, Aktien gehören in jedes Depot, ganz klar, sollten aber verstanden werden und nicht einfach nur als nach dem Motto, Dividenden sind die neuen Zinsen, also das ist Blödsinn, also sie gehören in jedes Depot, die Frage ist immer wie viel und verstehe ich den Missionismus, der europäische Aktienmarkt hat zum Beispiel in den letzten 35 Jahren im Durchschnitt innerhalb eines Kalenderjahres rund 15% verloren. Also, wir hatten in 27 von 35 Jahren ein positives Kalenderjahresergebnis, nichtsdestotrotz hatten wir zwischenzeitlich innerhalb des Kalenderjahres einen maximalen Verlust von 15%. Ein zweistelliger Verlust ist also nicht die Ausnahme, sondern die Regel und mit dieser Erwartungshaltung sollte man auch rangehen. Inflationsrisiko könnte momentan durchaus unterschätzt werden, der Einfluss der Energie- und Rohstoffpreise macht sich hier natürlich bemerkbar. Aus der Sicht eines Anlegers langfristige Perspektive, Inflationsschutz gehört in jedes Portfolio mit rein, allein dahin, dass man eben sagen muss, okay, ich habe Beamtenansprüche, ich habe Ansprüche an die gesetzliche Rente, an mein berufsständiges Versorgungswerk, die sind tendenziell eher ein Geldwert, die sind eine Forderung, diese Forderung leidet unter Inflation, das ist schön für den Schuldner, schlecht für mich als Gläubiger, deswegen Inflationsschutz ist Privatvergnügen und da muss man eben schauen, je nach ihrer Risikobereitschaft, Anlagehorizont und Erfahrung kommen eben verschiedene Instrumente oder die verschiedene Mischung von Instrumenten hier zum Tragen. Extreme Risiken werden kaum beachtet, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob Griechenland die Eurozone sprengen wird, aber vielleicht sind es ja die politischen Themen, vielleicht werden es unterschiedliche Ansätze um den Umgang mit Flüchtlingen relevant, dass wir vielleicht gar nicht über Probleme in der Eurozone reden, sondern vielleicht über Probleme auf der Ebene der Europäischen Union, also das muss man mal abwarten, aber meines Erachtens unterschätzen wir die Extremrisiken, keiner von uns weiß genau, was passiert und dementsprechend sollten wir mal schauen, auch wenn das Eintritts oder die Eintrittswahrscheinlichkeit gering ist, das Risiko oder die Auswirkungen sind in vielen Fällen doch relativ stark, also über Extremrisiken sollte man auch mal nachdenken. Leider können wir Entscheidungen nicht mehr nur auf der Basis von Erfahrungen treffen, weil das historische Zinsniveau kommt nicht zurück, da haben wir einfach keinen Erfahrungsschatz für eine Situation, wie wir sie jetzt haben, dementsprechend können wir auch nicht auf Rückrechnungen auf Rückrechnungen bauen, wir können nicht von den Erfahrungen unserer Eltern partizipieren, weil die haben ja einfach eine neue Entscheidung und etwas, was die letzten 30 Jahre funktioniert hat, Stichwort Anleihen beziehungsweise zinsbasierte Altersvorsorge, sei es mit Versicherungen, Pensionskassen oder Versorgungswerken, steht einfach vor Herausforderungen, da können die Jungs auch nichts dafür, ohne Zins hat eben alles Probleme, was zinsbasiert investiert. Fremdwährungen sind ein Rendite- und Risikobaustein, gehört heute ins Portfolio dazu, hier muss man schauen, welche machen Sinn, Stichwort Probleme bei den rohstoffexportierenden Ländern, der ein oder andere sichere Hafen ist vielleicht nicht mehr so sicher, wenn die Malaise am Rohstoffmarkt weitergeht. Anleihepreise auf einem interessanten Niveau, also ob hier das Kredit- und Laufzeitrisiko adäquat vergütet wird, wage ich zu diskutieren, ob sie überhaupt einen hohen Anteil Anleihen im Depot brauchen, von ihrer eigenen Vermögenstruktur, sind sie angestellt, sind sie selbstständig, welche Versorgungen sind da, das muss man mal im Rahmen der Vermögensstrukturanalyse analysieren und Reinflation ist wahrscheinlicher als Deflation, also was will ich damit sagen, solange die Preise nach der offiziellen Lesart für Konsumgüter niedrig sind, solange kann die Notenbank am Markt agieren, ohne sich zu rechtfertigen. Wenn wir es uns momentan anschauen, haben wir Inflationsdruck auf sehr geringem Niveau, Lohnpreisspirale haben wir nicht, wenn wir uns mal die Arbeitskosten in den USA anschauen, Asien und China werden tendenziell ein desinflationäres Preisniveau exportieren, weil sie einfach Überkapazitäten im Produktionssektor haben, also kurzfristig kein Thema bei den Konsumgüterpreisen, dementsprechend bleiben die Zinsen und der niedrig, der Anlage Notstand hoch, heißt die Vermögenspreise haben eben hier entsprechendes Potenzial, aber leider auch die Schwankungen, die ich am Anfang angesprochen habe. Aktives Management, ab und zu mal reagieren und Verständnis, meine Sachen sind in Zukunft wichtiger denn je. So meine Damen und Herren, ich wäre mit meinen Ausführungen soweit am Ende, bis auf das letzte Fazit. Fragen sind jetzt heute mal zur Abwechslung weniger gekommen, insgesamt haben wir die letzten Male festgestellt, dass Fragen immer häufiger telefonisch oder per direkter E-Mail kommen, das können Sie natürlich gerne nutzen, wie gehabt, ansonsten natürlich auch, wenn Sie jetzt hier eine Frage stellen, haben natürlich auch die anderen Teilnehmer was von der Antwort und sagen Sie noch überlegen, kurz mal ein Fazit aus unserer Perspektive oder aus meiner Perspektive, was tun wir, was tut der Berater, der Sie auch für die Online-Konferenz eingeladen hat für Sie. Ich glaube, das Wichtigste ist überhaupt mal der aktive Dialog und die Unterstützung bei der Definition der finanziellen Ziele. Also am Ende des Tages bei der Urlaubsplanung wissen Sie auch, ob Sie an die Berge wollen oder ans Meer und erst dann planen Sie die nächsten Schritte. Bei der Geldanlage ist es meistens ein Flickenteppich und die meisten wissen eigentlich gar nicht, in welche Richtung Sie losfahren. Und da geht es erstmal darum, Lebensziele zu definieren, wofür möchte ich das Geld einsetzen und dann kleben Sie auf diese Lebensziele mal ein Preisschild, das ist zwar emotional nicht so sexy, macht aber natürlich sachlich Sinn. Dann eine wichtige Frage, da wir heute alle nicht kalkulieren können, wie stark die Schwankungen sein werden, wie lang sie Schwankungen hinziehen werden und wie sich natürlich der technologische Fortschritt und diese ganzen Handelssysteme auf die Marktbewegungen auswirken, also wird immer weniger fundamental erklärbar sein, sondern mehr auf Handelssysteme bedingt sein. Man muss einfach ganz klar sagen, was ist Rücklage, die gehört aufs Tagesgeldkonto und was ist Kapitalanlage, also Gelder, die ich wirklich langfristig oder mittelfristig so anlegen kann, dass ich hier eine Rendite oberhalb des Zinses, der quasi nicht mehr von uns erzielen kann. Ermittlung der notwendigen Rendite, das leitet sich daraus ab, wie viel Kapital Sie einsetzen können, was für ein Ziel Sie haben, das ist eine finanzmathematische Größenordnung, das muss man einfach mal berechnen und dann gilt es, diese Rendite, die da rauskommt, mit dem aktuellen Kapitalmarktumfeld abzugleichen Zukunftsannahmen. Was meine ich damit? Es spielt ja schon einen Unterschied, ob Sie momentan einen Aktienmarkt haben, der mit dem Zehnfachen der Jahreserträge bewertet ist oder sagen wir beispielsweise mit dem Zwanzigfachen. Je günstiger der Markt, desto höher sollten langfristig die Ertragserwartungen sein und eben umgekehrt. Die Renditen am Anleihemarkt kann man ablesen, für Staatsanleihen habe ich es Ihnen ja vorhin gezeigt, das heißt, hier gilt es zu ermitteln, naja, welche Rendite brauche ich und ist diese mit dem aktuellen Niveau, mit den Aktienwertungen realistisch oder ist sie unrealistisch? Wenn sie unrealistisch ist, dann muss man natürlich nochmal an die Planung rangehen und das anpassen. Danach gilt es mit der finanziellen Risikobereitschaft abzugleichen. Finanzielle Risikobereitschaft, Persönlichkeitsmerkmal, relativ stabil, kann man auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse messen, auch hier, wie immer das Angebot, ist ein Fragebogen mit 25 Fragen, Sie können es im Nachgang, ich glaube, über das Feedbackformular anfordern, man kann es dann auch mit seinem eigenen Portfolio abgleichen, wer es denn nicht gemacht hat, ich lege es Ihnen nur ans Herz, das Ganze ist kostenfrei, Sie bekommen auch direkt das Ergebnis online, Sie müssen keine Daten zu den finanziellen, zur finanziellen Situation angeben, ist man erste aktive Auseinandersetzung mit der eigenen finanziellen Risikobereitschaft und dies als Persönlichkeitsmerkmal stabiler als die finanzielle Risikowahrnehmung. Danach, wenn man das da auch abgeglichen hat, ist die Frage, welche Vermögensklassen brauche ich denn, um meine Ziele zu erreichen, in Abhängigkeit der Bewertung, mit welchen Instrumenten gehe ich denn ran, sind es Aktien, sind es Anleihen, das sind die Vermögensklassen, sind es Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien, klar, alles Vermögensklassen und die Instrumente, naja, sind Fonds, sind Einzelwerte, sind alternative Ansätze, das sollte man eben mal definieren, am besten auch schriftlich festhalten, damit man das eben auch nachhaltig formuliert und nicht hier in jeder Marktphase anfängt, eine langfristige Planung, die man in der stressfreien Phase entwickelt, über den Haufen zu werfen, weil dann läuft man nur hinterher, handelt prozüglich, dann macht man zwar seine eigene Bank reich, weil hin und her macht Taschen leer, aber als Anleger haben sie nichts davon, deswegen meine Sachen als Ergebnis, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aus den Punkten 1 bis 5 ist eben hier Punkt 6. Das Ganze gilt es regelmäßig abzugleichen, weil das Umfeld ändert sich, Zinsen ändern sich, Markterwartungen ändern sich, Inflationen ändern sich, ihre persönliche Situation ändert sich in Abhängigkeit von Alter, Scheidung, Familienstand und ähnlichem, klingt banal, klingt eigentlich so, als würde es jeder regelmäßig tun, aber unsere Erfahrung ist, die meisten tun es eben nicht und am Ende des Tages helfen wir ihnen natürlich auch das Ganze kosteneffizient und bankenunabhängig umzusetzen, weil nur vom Reden passiert ja nichts, man muss auch ins Tun kommen. Ja, meine Damen und Herren, wenn von Ihrer Seite keine Fragen mehr sind, relativ ungewöhnlich, dann darf ich mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, im Nachgang haben Sie natürlich die Möglichkeit, das Feedbackformular zu nutzen, respektive zum Telefon zu greifen oder ein E-Mail zu schreiben, ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, sich mal mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, das hat wenig damit zu tun, ob der DAX jetzt heute die 10.000 Punkte Grenze geknackt hat oder nicht, hier geht es mal auch um die strategischen Themen. In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen alles Gute, einen schönen Abend, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen. Vielen Dank.